Wunderschönen guten Tag. Das nehmen wir wieder. Oh. Cool. Warum solltet ihr euch beeilen? Keine Bewegung! Auf den Boden! Auf die Knie! Verfahren! Sie treiben uns in die Liste zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Runter zur Straße! Da sind sie! Vormöcke! Ich hab sie gesehen! Da sind sie! Sie haben uns gesehen! Kontakt! Nein! Warum renne ich auch rein? Ei, 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 ei! Dann werde ich mal vorrennen. Keine Bewegung! Auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Sie haben uns gesehen! Sie haben uns gesehen! Da sind sie! Feuer eröffnet! Atlas 1. Wir haben die Flüchtlinge in der Altstadt eingekesselt. In Deckung! Los! 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 Ich muss die Beine. Ja, mach ich. Wo hin denn? Ach, da hinten runter. Wie soll ich denn da laufen, bitteschön? Du... Pjatsch. Los, los, los! Oh. Boah. Boah. Ja, scheiße, hab ich nicht geschafft. Boah. Ah. Boah. Ja, ich wurde nicht in. Boah. Ja, ich habe viele Bilder. Wie kommen denn die da rüber? Das fetzt ja nicht. Lass uns doch mal vorbeisuchen. Wie geht es denn hin? ich will dauerlich lang springen hallo von wo denn? ahhh Trickskunde geht auf der Treppe nein springt dauerlich runter gut, da bin ich tot dann springt dauerlich runter fangen an schau dir doch nicht mehr oben nicht mehr oben noch 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 nein, hängen an der Wand fest du Lappen weiter die Zeit wird knapp ja nun halt doch mal die Backen kommst du hier runter ohne zu fallen Hä? Hä? Feindkontakt Gute Stattel oh, heilt's mal mit einer Granade da bin dahinter der sind die Katze jetzt gemacht oh ja Feinde mit der Immobilien Deko kommt komm komm Sie kommen aus dem Westen Ach ne, das wollten wir ne? Schneller Mitchell Ich seh ich dir schneller, ich bin vor dir ich bin nach dem wo ich fünfmal gestorben bin haben sie jetzt rundher Finding ... w eher ja 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 oh oh i think i hit oh 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 okay ah mech katze die tut ihnen ja mein vorhang ohne so ja Da sind sie! Na klar! Auf, ich hab was! Nein! Ja! Boah! Los! Los! Ziel ausgespeichert! Die Docks sind vor uns! Da, Brenker des Docks, warte dein Boot! Werfe Granate! Soll ich denn bitte diese Scheißvieh ausschalten? Werfe Granate! Werfe Granate! Ich sehe die Aktivität! Höhen Kontakt! Werfe Granate! Werfen Granate! Oh! Nein, ich habe noch nicht! Da kommt er. Die Päule. Ach, oh noch. Nein, das war ne Wand nicht! Scheiß! Sag das doch! Ich steh immer noch auf dem Scheiß! Die Docks sind vor uns! Da am Ende des Docks wartet ein Boot! Muss ich das abbrechen? Geht das? Nein! Nein! Kontakt! ESP! Achtung! Komm! Warte! Ja! Überlebt mir das! Oh Scheiße! Die Docks sind vor uns! Da am Ende des Docks wartet ein Boot! Kontakt! Ein Boot! Geh noch mal weg! Geh noch mal weg! ESP! Achtung! Ja! 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 Mach mal doch die ganze Zeit! Du Büchse! Ja! 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 Dann machst du platt! Ich will nicht mit großer Feind! Ja! Hält doch mal das Maul! Dann schieß die ab! Du Büchse! Ja! Bereite den Kletterhaken vor! Den wirst du noch brauchen! Die Kanal runter in Richtung des Geschäftszentrums! Wir werden von Drohnen zersolzen! Wir werden von Drohnen zersolzen! Sauf runter diesen Boden durch! Fahr schneller! Ja! Geht schon ein Bleifuss! Bitte! Nein! Er kommt schon fort! Nimm die Rante! Los! Los! Nein! Raketenerfassung! Tauchen! Ich bin doch dabei! Aufpassen! Gibt es doch nicht! Waaah! Ingenieur! Angriff! Tauchen! Aufpassen! Achtung! 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 Nähe Raketen! Ich bin doch dabei! 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 Schloss! Noch ein Punkt mit den Käferhaken über uns! Weiter nach oben! Feinde hinter den Paletten! Feindkontakt in Deckung! auf die container Gehen! Ich geh zu im Weg, meine Gute. Okay, nicht. Von der Atem, ja. Oh, Alter, du bist im Weg. Ja. Nee, wo bin ich denn jetzt her? Jetzt komm ich hier nicht mehr zurück. Hey. Nein. Bin ich denn da hingekommen? Oh. Ich hab ihn in mir hier. Werfe Granate. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Und ab. Zehn um. Ein Wurm. Vorsichtig. Was geschafft. Glitter mit dem Haken in den Tor drauf. Weiter nach oben. Ja, was ist er denn? Dann. Mit dem Haken auf den Vorsprung. Wir brauchen den Magnetgriff. Los, rauf auf die Hochbrücke. Fallen lassen, rauf auf die Hochbrücke. Griff, rauf auf die Hochbrücke. Kontakt, zwei, ruhig. Geh doch mal weg, Mann, du Büchse. Alter. Wo steht die im Weg? Zu dem Kader, dann rüber. Ja, mach mal vor. Ja, ich bin ja schon da weit. Vorsichtig! Los, los! Weiter! Sprich, Mitchell! Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Robert! Nicht schießen! Wenn das mit 1 nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Adress 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei. Kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung. Rein da. Jetzt! Äh, ja, ne? Ach, machen wir schon zwei. Naja, ansonsten bringt mir gar nix. Warte mal um klein. Du hast Fragen. Und es ist Zeit für ein Verruf. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtet. Gewartet. Hier wurde vor vier Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename. Sentinel. Unsere Mission, die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Helfen. Schifffahrtswege. Pipelines. Nation für Nation. Trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab. An Jonathan 1. Wir realisierten zu spät. Er hat uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten Zitaten, gab es jede Menge ASE-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schild. Aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist. Und es zu stoppen. Wie sieht's aus mit Schild? Bist du dabei? Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden. Mit denen wir trainiert haben. Und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Da gehen wir auch mal mit hinterher. Team, wir haben grünes Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitschichtsinformationen wissen wir, dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam. Und Zielteams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Nox, wie läuft das? Ich bin gleich im Drohnennetz. Bangkok. Bin drin. Die Drohnenpatrouille wechselt. Die Zeit läuft. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstand. Ankloppen. Haken bereit machen. Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schiff. Hm, ist das dunkel. Weiter, wir sind fast da. Eins privates Anwesen. Das kann man sich also mit Tausendetman-Lightern kaufen. Ich werde eins auch spüren. Wir müssen dabei sein, wenn der Kontakt eröffnet. Ilona zu mir. Geht mir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Zielverfolgung geht online. Okay, du kannst dein Ziel markieren. Optik ist okay. Ich synchronisiere dein Hub mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Gut, Mitchell. Geht zur Sicherheitszentrale und klink mich in ihr System ein. Geht das mal. Da war noch einer. Den könnte ich markieren. Da soll ich hingehen. Was soll ich denn jetzt machen? Nicht bewegen. Ziele links. Rüber ins Gebüsch. Erledigen wir den letzten. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Mach ihn kalt. Auch nicht, Seth. Okay, Mitchell. Die Sicherheitszentrale ist am Ende. Mach dich auf den Weg. Gut so, es wurde kein Alarm ausgelöst. Ich weiß nicht, ob er mich nicht sieht. Gut so, es wird dich durchgehen. Vielza Lal asphalt. Der be cervet durchgehen bis auf Slash. Berndt durchgehen bis aufgenommen Shay. Pass auf, sodass mich in vergleichbar. Smiley des Flames. Der blumer ist natürlichiendo. Da unten ist was los, also halte dich im Schatten auf. Die Drohnen meiden, sonst gibt es Alarm. Mitchell, wo willst du hin? Ja, nö, willst du noch nicht. Na, wann? Gut gemacht, rauf aufs Dach. Drohne, verstecken, nicht angreifen. Mitchell, Mikro-IMP bereit machen. Mikro was? Ah, ja. Das Sicherheitssystem wird nur wenige Minuten ausfallen. Also keine Zeit vertreten. Mal sehen, ob der Abdruck seinen Preis wert war. Nein. Lade Abdrücke in den Anzug. Äh, äh. Bin drin. Okay. Ich kann Ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da. Die Drohnen sind wieder online. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Kormak, wir haben uns eingeklickt. Sehr gut. Mitchell, wir treffen jetzt vor eins Arbeitszimmer. Ivona, du übernimmst. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Nein, ich habe reichlich Zeit. John bereitet sich auf ein... Sie will ist rechts. Aha. Ich weiß. Ja, genau. Machen wir auch mit Plötten, oder? Es ist irgendetwas seltsames im Gange. Aber John spricht nicht darüber. Es ist kein Zivilisten. Aber ab. Ich muss auch. Versteck dich, Mitchell. Ja. Ich will mal... Die Drohne kommt. Die Gute. Mission abbrechen. Ja, ja. Was ist es nicht? Die Menge. So weit, so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Gormack trifft dich auf dem Balkon. Sie sind alarmiert. Ach, Männö. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Gormack trifft dich auf dem Balkon. 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 Geil. Ja, dann machen wir mal Platz. Hinten ist komisch. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ja, war schon gerade. Habt was gefunden. Nox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nicht sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Ich kann mal gucken, ob es funktioniert. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Scheint kann er aber besser schießen. Das ist gut, die Ilona. Ja. Ich habe Dr. Bellamy dabei. Er will sie nicht daheim ziehen. Einen Moment. In Position, Nox. Okay, ich fahre. Ist daheim, der war das. Ein angenehmer Abend. Bellamy? Nox, überprüft das schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. Kvr. Oh, im Plattenloch. Versauert er dich in deiner Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, gib das ans Kommando durch. Du wißt, was Danua hier zu suchen hat. Verstanden. Was? Was ist los? Mr. Irons ist hier. Sind wir in Sicherheit? Wahrheit. Jetzt. So, wir. Wo? Einfach so rum. Auf den Händen. Okay, Nox, ich öffne den Kanal. Bestätigt, bin auf Empfang. Manticore ist technisch instabil und äußerst pflichtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist drückend. Wenn Ihre Ziele durch so frühes Freisetzen schatten, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Namra. Ihr Geld liegt schon auf der Punkt. Alles weiter, der Bench. Die Frache muss Manticore sein. Wir müssen herausfinden, wohin sie es bringen. Mitchell, subja. Nox, wir holen uns jetzt die Fracht. Kormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Nöden. Lass uns schnell gehen. Macht sie färblich. Wir schaffen das. Den Greifwagen bereit machen. Los, los, los. Sind wir schon dabei? Ja. Ja. Auch war zu früh, ne? Keule. Lass uns schnell gehen. Macht sie färblich. Lauf nicht. Wir schaffen das. Den Greifwagen bereit machen. Nein. Lauf, lauf, lauf. Nein. Oh, nein. Ähm, Pinbappen. die kohle ist doch noch da wir haben sie kingpin naja da haben wir die mission jetzt auch abgeschlossen schönes ding gut die nächste machen wir wohl zur nächsten episode